Musik Ohoho, heute muss ich euch viel erzählen. Ich hatte nämlich so schöne Ferien wie noch nie. Die Schuld dran ist, wenn man es genau nimmt, den Lehrer Burger. Der hat mit unserer Klasse einen Geografie-Wettbewerb gemacht. Man konnte einen Atlas gewinnen. Am letzten Schultag vor den Ferien war die Preisverteilung. Die ganze Klasse war natürlich gespannt, wie ein Regenschirm. Du bist auch ein Wunderwärtererstisch. Ich habe eigentlich die Bundeskampagne sicher besser. Das kann doch dir gleich sein. Das wollen wir sicher nicht. Also hört doch aus, Leute. Ruhe bitte! Ruhe bitte! Achtung! Es ist so weit. Der Sieger oder die Siegerin von unserem Wettbewerb ist... Ja, wer recht wer? Der Globi! Nein! Was, nicht ich? Nein! Moment! Geputzt hat das mal die Regine. Bravo! Was ist mit dem Globi? Der hat den letzten gemacht. Ach so! Was? Weil er sich nicht an die Bedingungen von unserem Wettbewerb gehalten hat. Wieso denn nicht? Die Aufgabe von dem Geographie-Wettbewerb wäre doch gewesen, eine Reise quer durch die Schweiz zusammenzustellen und zu beschreiben, was man auf dieser Strecke alles sieht. Ja! Ja! Und was gibt der Globi ab was? Nicht von einer Strecke-Beschreibung, sondern einfach ein Eisenbahn-Reise-Liedli. Ja, ich habe eben gedacht, das sei mal etwas anderes, oder? Ja, ja. Genau das habe ich auch gedacht. Und darum habe ich es der Generaldirektion der SBB eingeschickt. Und? Was haben die dazu gesagt? Ja, ja, jetzt kommt der Glu. Moment. Die hatten so eine Freude gehabt, dass sie am Globi einen Trostpreis gestiftet haben. Was ein Trostpreis? Was für einen? Da glaube ich. In dem Gouverinnen ist er. Oh! Da bin ich aber gespannt. Oh! Was ist denn das? Das sind Reise-Geschenke-Gutschei. Was sind das? Mit denen kannst du kreuz und quer durch die Schweiz fahren mit der Eisenbahn oder mit dem Passagierschiff und mit den meisten Bergbahnen. Aha! Das ist aber noch gut! Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich auch lieber einen Trostpreis gemacht. Gell, du Globi?